Ich wette, das fährt jetzt auch nur zum... ja. Mh... Buhu. Buhu. Mh? Geisterhaus mit 400 Sekunden. Niemals ein gutes Zeichen. Mh... was? Was? Okay, meine Theorie ist, ich muss ein P-Switch finden und ein Sprungbrett, um dort durchzukommen. Schöne Sache. Geben wir erstmal... Hallo, Buhu. Gib mir... ja, komm her, gib mir das. Yay. Münze. Mehrere Wege... Erstmal hier lang. Nein, nicht da lang. Ähm... da gibt's nix. Und das ist dann auch schon ein Eerie. Eerie. So, ich geh erstmal den oberen Weg auskundschaften. Was, glaub ich, so aussieht, als würde ich dann dort unten was verpassen. Zurück! Nein, ich verpasse nur ne Yoshi-Münze. Glaub ich zumindest da, dort gesehen zu haben, dass man dort nichts weiter finden konnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab aber gerade auch ein... Glück... Tür. So. Ähm... Das sieht mir aus wie... Yoshi-Münzen brauche ich nicht. Ich hab einen verpennt. Hilfe. Geist. 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 So. Oh, du bist aber... Da ist der P-Switch. Da ist der P-Switch, den ich brauche. Jetzt brauche ich nur noch eine Röhre... Moment! Das stinkt doch! Gehöre ich nach zweitem Ausgang? Oder ich hab's jetzt total verkackt, weil ich da trotzdem... Ach, Spiel. Ach, Spiel. Warum hasst du mich so? Erklär mir das mal, ja? Ich meine, wir könnten so dicke miteinander sein. Wenn du auch nur einmal ein wenig nett zu mir wärst. Aber das geht ja scheinbar nicht. So. Den ganzen Scheißen. Noch einmal. Und... Mama Mia! So. Da-ba-da. Da-ba-da. Da-ba-ba. Natürlich. Natürlich. Kann ich es nicht einfach erledigen. So. Was denn in der Röhre? Die komme ich nämlich mit dem P-Switch. Huh? Das ist was ganz anderes. Und ihr gefällt mir dort absolut nicht. Jetzt muss ich ihn nur noch... Okay. 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 Hä? Oh! Oh, I get it. Okay. 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 Oh! Das hat weh. Okay. Fuck it. Fuck it. Das ist doch so doof. Und dann... Und dann... Den mitnehmen. Keine dummen Fehler machen. Den einfach nur mitnehmen. Und hier reingehen. So. Den lasse ich mal hier liegen. Und das war saumäßig. Nein. Das war dumm. Oder? Nein. Das war... Nee. Das war... Oh Gott! Das wäre fast dumm gewesen. Ähm... Einen. Zwei. Nein. Ja. Dankeschön. Und damit dann in die Richtung, die sich dort nennt rechts. Hallöchen. Hallöchen. Drücken. Mitnehmen. So. Ähm... Jetzt weiß ich nur noch nicht so ganz, wie ich... Das hier mache. Komm ich so hoch? Muss mir das... Ah! Natürlich. Natürlich. Äh... Ich hab's verstanden. Glaube ich. Ja. So. Jetzt darf mir das weise, weise Publikum erzählen. Gibt es hier noch einen zweiten Ausgang? Ja oder nein? Denn ich hab keine Lust reinzugehen und einfach nur zu gucken, ob es noch einen zweiten gibt. Gibt es noch einen zweiten? Dann werde ich mir den ansehen. Gibt es keinen? Dann lasse ich das Geisterhaus hinter mir. Und gucke, wie die Hölle wieder zu... Oh Gott. Oh Gott. Oh... Oh Gott. Oh Gott. Nein. Das erste war doch schon schrecklich. Und ganz ehrlich, wie viele Scrolling-Level braucht dieser Heck denn bitte noch in Welt 3? Wir hatten dieses Level. Wir hatten das Segen-Level. Das reicht. Uh. Da kommt was. Nyaum. Nyaum. Da ba dam. Da ba ba da da. Das ist... Wow da da da. Das ist... Wow da da da. Wahnsinnig spannend, wollte ich sagen. Ui, Münzen. Woo-wee. Und das ist dann gar nicht mal so cool. Gib mir... Gib mir... Hm? Schön, wie du da vorne bleibst. Mensch. Bist du öfter hier? Cool. Gib mir da. Alter! Diese... Diese... Ach du. Okay. Ich bleib dann mal hier unten und hab diesen Stein da vorne auf meiner kleinen Plattform. Ist jetzt meine Kühlerfigur. Ne? Weißt du Bescheid? Ach du Kacke. So. Pilz. Also so langsam... So langsam merke ich, wie sich dieser gelbe Switch echt lohnt. Und ich glaube, hätte ich... Ach du. Diese scheiß Koopas, ne? Können die nicht mal aufhören? So langsam... Ist doch mal gut mit euch. Das ist nicht witzig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich find das... Absolut... Nicht... Witzig. Geh da rein. Ziel. Jaum. Jaum. Tudududu. Du-tu-tu-tu-tu-tu. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Bam. Wap. Ach, schön. Und es geht weiter. Den Wal... It's razor sharp... Hm... Was? Was? Kann ich hier? Okay, die Grafik verwirrt mich. Was ist... Die Grafik verwirrt mich. Die Grafik verwirrt... Was? Wo kann ich denn lang? Hier unten. Und da habe ich den Power-Up verpasst. Was soll's? Ähm... No. Okay, das ist... Wahnsinnig verwirrend, wenn man das mal so sagen darf. Aber vielleicht ist das auch nur mein Gefühl. Nein, es ist verwirrend wie... What the fuck? Also diese Grafik macht mich gerade ein wenig fertig. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber man kann es nicht oft genug sagen. Ich meine, an sich sieht es total schön aus, Hilfe. Aber es ist... Absolut... Ich weiß nicht. Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Es macht mich gerade einfach nur fertig. Auf... Visueller Ebene. So. Diesmal aber... Spring! Ja! Geh da hoch! Ja, für die Yoshi. Hm? Ist okay. Ich habe keine 54 Leben. Nö, nö. Ich brauche ganz dringend noch eins. Ja, ja. Hallo. Mittelpunkt! Mittelpunkt! So und so und da oben ist... Was ist da oben noch? Ich bin jetzt neugierig und es wird mein Tod sein. Könntest du bitte... Ja! Danke. Schön. Gut, dass wir darüber ge... Guillotine? Tötet mich das da? Ah! Ah! Hilfe! Ach du... Kacke! Warum ist das denn alles so... Verflucht schnell hier? Was geht denn hier ab? Ach du Kacke! Ah! Hi! Da ist ne Plattform! Gib mir das! Yes! Yes! Der da... Der da oben ist krass. Kommt der nochmal? Nee. Okay. Okay. Ja! Ja! Jetzt haben wir noch ein Puzzle im Schl... Oh Gott. Das Puzzle-Schloss. Mensch. Hätte ja nicht noch... Schöner... Ich weiß, da rechts war ganz schneller. Wo ist er? Da ist er! Und... Dann... Da! Da, 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 da! Da, 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 da! Alter! Was ist das? Das ist verrückt! Das ist... Das ist... Oh, yeah! Cool. Double Grab mit Sprungbrett ist ziemlich das... Schlimmste, was man mir antun kann. Na gut, vielleicht mit Panzer. Mit Panzer ist auch verdammt eklig. Aber ich... Ich hatte sie mit Sprungbrett. Keine Ahnung warum. Man kann zwar mit Sprungbrett theoretisch mehrere Items als zwei grabben. Das geht nur mit dem Sprungbrett, aber... Ich krieg's mit dem Sprungbrett einfach nicht hin. Nein, das wird eh nix. Komm schon! Komm! Ich muss hier einen Safe State setzen für die Zeit. Oder einfach beides rüberkicken. Das ist natürlich... Ein wenig... Gewagt... Ist... Aber okay. Wart's mal! Glitches! Ahoi! Ach komm schon! Wir versuchen's mit dem Double Grab. Tut mir auch leid, dass ich da jetzt einen Safe geladen hab, aber... Nö! Das kann doch nicht angehen! Dass ich den... Scheiß... Double Grab grad nicht hinbekomme! Um jetzt deswegen hier... Was ist denn das? So, Kick ist runter. Kick ist... Ich weiß gar nicht, wie weit ich es jetzt kicken kann. Und ich weiß nicht, ob das so... Ja, das war klug. Klug! Ich bin... Wahnsinnig klug! Und unter Zeitdruck. Jetzt hab ich da rein. Was ist... Grind? Awesome... Faces, die ich ihm... Okay. Was? Was macht mir da Schaden? Was? Was war das? Hm... Ich wittere einen... Cooler Respawn-Punkt. Ich wittere einen schlecht programmierten Boss. milhões... Wenn wir das verЬten, Eрав tos!